Hallo und herzlich willkommen zu mal einem etwas anderen Video. Heute werde ich euch sagen, welche Lichtschwertfarbe zu dir passt. Und zwar in Form eines interaktiven Videos. Ich weiß, der Trend von diesen ist ja schon etwas älter, aber ich finde, es hat sich hier einfach angeboten. Also lass uns gleich anfangen. Du bist ein Padawan im Orden der Jedi und hast gerade dein Lichtschwerttraining mit Meister Yoda abgeschlossen. Denn es ist bald soweit. Ihr werdet euer erstes eigenes Lichtschwert entwerfen. Er hat euch aufgetragen, noch ein paar Meditationsübungen zu machen, wenn ihr in eurem Zimmer angekommen seid. Aber gleichzeitig wollten ein paar Padawan-Freunde von dir etwas die unteren Ebenen um den Jedi-Tempel erkunden. Für was entscheidest du dich? Gehst du meditieren oder machst du was mit deinen Padawan-Kollegen? Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!